Glück auf Schalke, im heutigen Video wollen wir uns mal anschauen, wie die vier Leihspieler, die momentan bei anderen Klubs sind, sich schlagen und ob die vielleicht für die kommende Saison wieder eine ernste Alternative für unseren Verein sein können. Wir fangen natürlich beim Prominentesten an, der jetzt erst im Winter gegangen ist und das ist Sebastian Polter. Prominent, weil die höchste Ablöse, die wir selber bezahlt haben, kam ja von Bochum, damals eigentlich erstmal für die erste Liga. Naja gut, das hat nur so semi-funktioniert, in der zweiten Liga hat er bei uns dann auch eher so semi-funktioniert. Hatte bis zum Winter elf Spiele bei uns gemacht, dort gar nicht mal so schlecht, drei Tore, zwei Vorlagen, also fünf Scorer in elf Spielen. Ist halt jemand, der ja vorne sehr viel wühlt, sehr viel Acker hat, den Gegner stört, auch mit seiner Füße ist, mit seiner Größe und allem. Ist er dann im Winter jetzt zu Darmstadt gewechselt, in die erste Liga, für mich persönlich etwas überraschend. Muss man sagen, Darmstadt hat eine Kaufoption, die wohl circa, und da weiß man nicht, die genaue Zahl bei 500.000 Euro liegen wird. Also wir werden da definitiv am Ende ein dickes Minus machen, wenn er denn wirklich gehen sollte. Hat seitdem, jetzt, seit er bei Darmstadt ist, insgesamt bei jedem Spiel gespielt. Bei jedem Spiel war er häufig in der Startelf, am Anfang kam er auch mal von ein bisschen später rein, aber spielt sehr viel. Man muss dazu sagen, Darmstadt, ich glaube, da brauche ich nicht viel sagen, die sind halt momentan abgeschlagen Letzter, wobei so wirklich abgeschlagen auch noch nicht. Da kann in der Theorie auch noch ein bisschen was passieren. Ist natürlich auch momentan ein bisschen Pech. Und man muss sagen, bei Darmstadt zeigt er genau das, was man ursprünglich von ihm auch auf Schalke erwartet hat. Das bedeutet, er ist immer sehr, sehr nervig in der Partie. Er versucht mal Bälle festzumachen, versucht vorne so ein kleiner Fixpunkt zu sein für andere Spieler, auch mal eine Anspieloption zu sein und gleichzeitig den Gegner zu nerven. Hat er aber bis jetzt weder ein Tor noch eine Vorlage geliefert, heißt noch 0 Scorer-Punkte bei Darmstadt. Ich denke mal, das wird sich auf kurz oder lang ändern. Aber Darmstadt macht halt auch nicht so viele Buen, dementsprechend ist das jetzt auch kein großes Wunder. Ich persönlich glaube, dass Polter nicht vielleicht bei Darmstadt bleiben wird, aber auch nicht bei uns. Ich glaube, das ist vorbei, das Thema. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er im Sommer, wenn nicht nach Darmstadt, dann irgendwo anders hin wechseln wird. Man muss natürlich schauen, wie man ihn losführt, weil ich glaube nicht, dass eine große Ablöse für ihn noch gezahlt wird von irgendjemandem. Auf der anderen Seite soll er wohl auf Schalke auch jetzt nicht unbedingt schlecht verdienen. Dementsprechend muss man schauen, wie man sich dort vielleicht einigen kann. Polter bei Darmstadt momentan. Ich glaube aber im Sommer und über den Sommer hinaus definitiv nicht wieder bei uns. Gucken wir zu der zweiten Person. Das ist so eine Person, da habe ich immer noch so einen Sweetspot im Herzen für. Und das ist Memo Aydin. Ich weiß nicht, warum ich mag den Jungen einfach total gerne. Ist momentan bei Trabzons Bohr und hat da am Anfang auch richtig viel gespielt und auch teilweise echt gut. Er hatte immer so seine Momente. Er hatte auch seine Momente, wo man sich gedacht hat, so ach du heiliger Gott, Memo, was machst du denn da? Aber er hat da wirklich teilweise auch gelernt. Problem ist jetzt, man muss dazu sagen, Trabzons hat eine Kaufoption über 1,4 Millionen. Es ist gar nicht mal so wenig, ehrlicherweise. Aber die haben erst im Februar Thomas Meunier gekauft. Fest verpflichtet vom BVB. Und seitdem, in fünf Spielen jetzt, hat Memo Aydin genau noch vier Spielminuten gemacht. Vier Minuten beim letzten Spiel jetzt hat er nochmal gespielt. Ansonsten überhaupt nicht mehr. Nur noch auf der Bank. Keine Minuten mehr gesehen. Da kam überhaupt nichts mehr. Thomas Meunier hat dem den Platz komplett abgelaufen. Er hatte auch mal zwischendurch in der Saison mal so ein paar Spiele, wo er gar nicht gespielt hat. Nicht in der Startelf war, sondern auch nicht mal eingewechselt wurde. Hat aber ansonsten eigentlich relativ viel gespielt und das hat sich jetzt komplett gelegt. Also der spielt überhaupt keine Rolle mehr. Dass Trabzons, boah, wenn das so weitergeht, die Kaufoption zieht, halte ich für relativ unrealistisch. Ich glaube nicht, dass die das machen werden. Ich denke mal, die werden mit Thomas Meunier gehen. Und dann hat Memo Aydin dort wahrscheinlich keine Zukunft. Ich könnte mir vorstellen, weil die Position ist vakant. Wir brauchen dort genau jemanden. Das wäre echt eine gute Sache. Vielleicht hat er auf Schalke nochmal die Chance, sich zu beweisen. Bei Karel Gerz könnte ich mir vorstellen, dass er nochmal zeigen kann, was er kann. Und ob er es vielleicht auch für Schalke 04 in Zukunft zeigen kann. Wenn das nicht der Fall sein sollte, glaube ich, dass er dann relativ zügig auch den Verein verlassen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann jetzt auch irgendwann mal das komplette Ende folgt. Das bedeutet, dass man einen festen Transfer anstrebt und dass er dann das Projekt Schalke, nenne ich es einfach mal, beendet. Was ich aber sehr schade finde, weil wie gesagt, Memo Aydin irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe immer noch seinen Scherenschlag im Kopf in der zweiten Liga. Er ist mir irgendwie immer noch sympathisch und ich habe immer sehr viel auf ihn gehofft, muss ich sagen. Haben wir die dritte Person und das ist Kozuki. Der ist momentan bei Poldi, bei Polen oder in Polen, bei einer Mannschaft, die für mich jedes Mal ein Zungenbrecher ist. Und das ist Gornik Sapsrev, ihr wisst, was ich meine. Der Podolski-Klub auf jeden Fall. Dort ist er jetzt langsam aber sicher immer besser angekommen. Die Laie, muss man dazu sagen, geht noch bis zum 31.12. Das bedeutet, die ist jetzt nicht im Juni vorbei und da hat er noch einige Zeit, also extra, um sich weiter auszubilden. Beziehungsweise weiter vorzubilden, um besser zu werden auf Schalke. Muss man sagen, hat er relativ wenig gespielt. Fünf Spiele hat er überhaupt irgendwie Einsatzzeiten gesehen. 178 Minuten, das sind nicht mal zwei volle Spiele. Klar, er braucht mehr Spielzeit und die Polen haben auch eine Kaufoption. Die beträgt wohl rund 300.000 Euro. Das ist also relativ wenig, aber, und das ist der große Punkt und das finde ich sehr, sehr clever, Schalke hat eine Rückkaufoption. Und die liegt dann bei circa 800.000 Euro. Klar, man muss ein bisschen mehr zahlen. Aber wenn der sich richtig gut entwickelt dort oder wenn der vielleicht plötzlich richtig einschlägt, dann hat man die Möglichkeit, ihn relativ günstig zurückzuholen und weiter an den Verein zu binden. Muss man sagen, dass er in den letzten Wochen, er hat ein bisschen gebraucht in der Extraklase, um anzukommen und richtig Fuß zu fassen, ist er in den letzten Wochen immer besser und wichtiger geworden. Und hat auch, das Video könnt ihr vielleicht irgendwo auch mal auf Social Media noch finden, auf YouTube definitiv, dass er auch von den Fans gefeiert wurde. Und Poldi hat ihm noch gesagt, was er denn sagen soll, so zum Anfang. Er wirkte total schüchtern, aber er wirkte sehr glücklich und das freut mich total, weil ich den für einen piekfeinen Jungen halte, der wirklich auch Talent hat. Aber wir konnten halt auch nicht erwarten, dass der uns plötzlich alleine schultert und da was abreißt. Deswegen hoffe ich sehr, dass er sich noch weiterentwickeln kann. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Kaufoption sogar gezogen wird und dass man sagt, okay, der bleibt vielleicht noch dort. Ich könnte mir aber dann weiterhin vorstellen, dass Schalke ihn auf Dauer wieder verpflichten wird, zurückholen wird, ob dann direkt für den Verein selber, für uns, oder ob man ihn dann direkt weiterverkauft, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, kurzfristig, auch über die Laie hinweg, könnte er noch dort bleiben, auf Dauer aber dann wieder zu uns zurückkehren. Und ich würde es mir sehr wünschen, wenn ich ehrlich bin. Haben wir als letztes jetzt noch Justin Hekerin. Und da ist natürlich die Frage, welche Nummer wäre er? Weil Marius Müller auf Nummer 1 ist, glaube ich, gesetzt. Dann war die Sache, könnte er jetzt schon Nummer 2 sein? Das ist momentan aber Ralf Fährmann und deswegen hat man ihn ausgehend in die 2. Belgische Liga zu Pato Eisten, ja, kenne ich natürlich, oder Eisten, kannte ich überhaupt nicht, ehrlicherweise. Aber nun gut, dort ist er Stammtorwart. Er spielt bei jedem Spiel, hat jetzt insgesamt 6 Gegentore kassiert bei 7 Spielen, wobei man sagen muss, dass die einmal 3-0 verloren haben, da also alleine schon die Hälfte kassiert. Ansonsten relativ sicher hinten, wenig Gegentore, muss man sagen. Macht eine gute Figur, spielt da richtig gut. Ist halt die 2. Belgische Liga, also es ist halt ein bisschen tiefer, aber nun gut. Aber es ist wichtig, dass der Junge Spielpraxis bekommt. Hat ja bei uns in der Saison jetzt genau 2-mal gespielt. Einmal gegen Elversberg, einmal gegen die Hertha. Beides heim, beides verloren. Sah bei beidem nicht unbedingt nur gut aus. Glaubt man aber immer noch, dass er vielleicht ab der kommenden Saison die Nummer 2 sein kann. Intern wird wohl angeblich laut mehreren Medienberichten gemunkelt, dass er dann bald die Nummer 2 übernehmen kann. Und dass er dort Fährmann schon ablösen könnte. Fährmann dementsprechend eventuell hat auch einen Verkaufskandidat. Da gibt es ja immer wieder Unruhen. Viele behaupten ja, ob der Berater von Ralf Fährmann vielleicht auch so für die ein oder anderen Bildartikel zuständig ist. Was daran stimmt, was nicht, können wir nur erahnen. Aber man glaubt wirklich, dass er mittlerweile die Nummer 2 sein könnte und Ralf Fährmann eventuell auf Platz 3 oder dann vielleicht sogar auf den Transfermarkt schieben könnte. Marius Müller allerdings, der wird unantastbar sein wahrscheinlich. Also klar wird er einen offenen Wettkampf haben. Aber ich glaube, Marius Müller ist dann doch nochmal eine Nummer drüber. Aber deswegen tippe ich, dass er auch im Sommer wiederkommen wird. Dass er dann sich auf die Bank als Nummer 2 setzen wird. Und wer weiß, vielleicht kann er weiter lernen und kann irgendwann die Nummer 1 werden. Wir müssen schauen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir dann noch eine Nummer 3 brauchen, wenn Fährmann wirklich gehen sollte. Und Michi Langer eventuell dann auch den Verein verlässt. Oder beziehungsweise vielleicht ja sogar Torwarttrainer wird. Weil die letzten Videos gesehen hat, der weiß Bescheid. Da muss man also schauen, dass man noch so ein bisschen Erfahrung vielleicht hat. Aber Justin tippe ich, dass er im Sommer wiederkommt. Was ist denn deine Meinung? Wer von den 4 Spielern wird wiederkehren? Wer wird weiter verkauft werden oder weiter verliehen werden? Schreib mir deine Meinung unten rein.